Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update Video und zwar geht es heute um Ripple und IOTA. Das waren die meisten Coins, die sich einerseits aus meiner Community gewünscht wurde, also XRP und IOTA aus der CryptoGuru Community. Bei IOTA werde ich aber jetzt alle zwei Wochen sehr wahrscheinlich einen Wechsel machen und dafür ist es ganz wichtig, dass ihr unten kommentiert, welchen Altcoin ich dann zukünftig oder alle zwei Wochen den Wechsel analysieren soll. Da würde ich mich riesig darüber freuen, ansonsten wie gesagt jede Woche kommt jetzt ein Ripple Update, weil sich das einfach am meisten gewünscht wurde und da möchte ich gerne auf euch eingehen, deswegen das jetzt jede Woche und wenn euch das Format gefällt oder ihr noch Verbesserungsvorsteige habt, gerne unten einen Kommentar da lassen, würde ich mich darüber freuen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert ihn jetzt bitte und ja, jetzt habe ich genug Eigenwerbung gemacht, ich würde sagen wir starten sofort durch mit der Ripple Chart Analyse, wir traden momentan bei 0,38 US-Dollar Cent. Es gab diese Woche ja eine Menge Gerüchte, gibt einen Vergleich, wird ein SEC-Urteil, wir haben auch bei CryptoGuru hier drüber geredet, XRP steigt um 16%, steht Ripple und SEC vor einem Vergleich, die Gerüchte sind glaube ich am Montag oder Dienstag dann hochgekocht, bis heute, heute am Freitag kam nichts raus, der Kurs hat sich trotzdem etwas nach oben gepusht, trotzdem muss man hier so eine kleine Warnung da lassen, ich glaube jetzt nicht, dass wir morgen auf 2 Dollar gehen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wird wahrscheinlich ein guter Videotitel, XRP 2 Dollar, demnächst, schauen wir mal. Nein, wir befinden uns weiterhin in einer groß angelegten Seitwärtsphase, sehen wir auch hier gut, ihr kennt es aus dem Altcoin Update Videos, das ist unsere Seitwärtsphase, in welcher wir seit längerem traden, wo wir aber auch unsere Nachkauflevel gesetzt haben. Und das ist jetzt erstmal wichtig zu wissen, ich habe hier erstmal nicht nachgekauft, ich war dann hier unten nochmal ein bisschen aktiv, aber ansonsten die große Seitwärtsrange zwischen 0, ich sage jetzt mal grob 40 US-Dollar Cent und hier unten die Marke bei 0,30 US-Dollar Cent, das ist unsere Range, die gilt es zu halten, beziehungsweise ein Breakout hinzulegen, so wie wir es hier im Endeffekt am 22. September hatten, schönes Breakout, oben konsolidiert, hatten dann aber nicht mehr genügend Kraft und momentan hängen wir eben am oberen Ende dieser Range und das ist nicht so gut, wir haben hier mehrere Wicks schon drüber gesehen, aber eben noch kein endgültiges Breakout und der RSI steigt natürlich jetzt auch immer, immer weiter und ich möchte eigentlich einen RSI maximal auf so einem Level haben, wenn wir hier einen Breakout sehen. Es wäre jetzt verdammt wichtig hier mal durchzubrechen mit aber auch einem 4-Stunden-Close und das ist jetzt ganz wichtig, ein 4-Stunden-Close mindestens über hier dieser 0,40, 32 Marke. Er hat einfach den Aspekt, hier hatten wir unser letztes signifikantes Hoch und das müssen wir natürlich auch überwinden, das heißt wir brauchen ein 4-Stunden-Close hier drüber, nicht nur ein Wick, sondern wirklich ein 4-Stunden-Close da drüber, muss jetzt nicht mega hoch sein, aber einfach ein 4-Stunden-Close, dann hier von mir aus ein bisschen konsolidieren, um dann ins Golden Pocket zu kommen und das Golden Pocket ist für mich weiterhin hier der Endgegner bei 0,44, weil das im Endeffekt den Abverkauf hier eingeleitet hat. Man sieht hier auch, wir haben hier oben auch so eine relativ große Range gebildet und hier befindet sich eben auch das Golden Pocket, also hier diese Range immer wieder auch mit Fakeouts nach oben, nach unten, aber ihr erkennt diese Haupt-Range und die ist wichtig und genau hier befindet sich das Golden Pocket und das heißt für uns natürlich, wir haben hier eine Menge, Menge Widerstand vor uns liegen. Deswegen wäre der erste Step, was wir gerade angesprochen haben, die untere Range, die Gesamt-Range, die meines Erachtens viel, viel wichtiger ist, bei 0,40 US-Dollar sind, erst einmal zu durchbrechen, 4 Stunden Close, dann abtrennt und dann ins Golden Pocket bei 0,44 US-Dollar sind und das wird meines Erachtens sehr, sehr entscheidend. Wenn wir nämlich dieses Golden Pocket rausgehen, wir gehen mal ganz kurz auf den Daily Chart, haben wir noch etwas Luft bis ungefähr 0,47, wenn nicht sogar 0,50 US-Dollar sind, um dann die oberen Hochsee rauszunehmen. Das ist jetzt keine TA, sei ich jetzt mal für die nächsten Stunden oder für vielleicht ein, zwei Tage, sondern ein bisschen längerfristig müssen wir das einfach mal im Auge behalten. Sollte der Gesamtmarkt natürlich nochmal einen deutlichen Crash nach unten hinkriegen, sehe ich eher so diesen Bereich hier unten sogar nochmal um 0,23 US-Dollar sind. Aber, bis wir da hinkommen, haben wir noch eine Menge, Menge Support. Also ich möchte hier keine Angst schüren, wir haben außerdem hier schon diese Ineffizienz, die wir hier drüben mal besprochen haben, bei 0,28 rausgenommen. Das ist verdammt wichtig, aber um jetzt hier ein signifikantes Breakout und wirklich hier mal ein bisschen im Bullen-Modus zu kommen, würde einerseits natürlich eine SEC-Entscheidung sehr, sehr wünschenswert sein, die aber momentan noch nicht kommt. Und ich rate extrem davon ab, sollten solche News kommen. Und ich vermute auch, die kommen, weil es kommt ja nicht durch irgendwelche Gerüchte, das jetzt hier einfach seit Tagen hier ein bisschen rumort, kann ich euch einfach nur empfehlen, bitte, bitte nicht hier FOMO und irgendwelche Trades reinrennen. Wir haben unsere Range, wir haben Spot nachgekauft, nicht gerade wenig. Ihr wisst, ich bin mittlerweile sehr großer XRP-Maximalist geworden. Liegt vielleicht auch an den Jungs von XRP Deutschland, Grüße gehen raus. Aber wie gesagt, es ist nur eine Warnung von meiner Seite. Also lasst euch hier nicht FOMO reiten. Ihr habt hier genug Chancen weiterhin. Und mögliche Trades werden wir uns jetzt auch mal ganz kurz angucken. Und zwar gehen wir hier ein bisschen näher auf die Vector Candles an. Nicht auf dem Daily Chart, sondern einfach mal auf dem 1-Stunden-Chart. Einfach, um auf beide Seiten vorbereitet zu sein. Und da sehen wir, wir haben hier unten bei den 0,32,86 noch eine Vector Candle. Und die gilt es meines Erachtens noch zu holen. Ihr seht diese Konsolidierung mit deutlich abfallendem Volumen. Also auch keine signifikante Steigerung haben wir hier. Und was wir vielleicht auch noch dazu nehmen können, wir haben momentan zwei... Huch, das wollte ich nicht. Wir haben momentan zwei wichtige Long-Level, die wir im Auge behalten sollten für die nächste Zeit. FIP-Level dazu. Einerseits hier das Golden Pocket bei ungefähr 0,35 wäre das erste Long-Szenario, wo wir probieren könnten. Das zweite, wo ich schon meine Limit-Orders reingesetzt habe, sind die 0,32,84. Einfach aufgrund dieser Vector Candle. Und ihr kennt das Vector Candle-Video, werde ich es euch dann gegen Ende des Videos hier oben noch einblenden. Aber das sind die Level, auf die es meines Erachtens ankommt. Also die 0,35 bei einem Rücksitzer, Golden Pocket im Auge behalten, mit einem Stop-Loss mindestens unter das 0,786er. Oder die Vector Candles hier unten. Also zwei Möglichkeiten, die wir in den nächsten Wochen im Auge behalten sollten. Gut, das war es von XRP. Jetzt schauen wir uns IOTA an. IOTA, wisst ihr ja, bin ich noch nicht investiert. Gehe ich ganz ehrlich mit euch um, weil ich hier, keine Ahnung, einfach ganz Transparentes halten möchte. Wir sehen hier, ihr seht hier ganz viele Linien. Ist einfach nur zur Veranschaulichung. Wir befinden uns in einem Downtrend übergeordnet. Dann in dem mittleren und jetzt in dem kurzfristigen. Wir befinden uns einfach klar in einem Downtrend. Da gibt es nichts schönzureden oder Sonstiges. Der Downtrend ist intakt und auch in einer schönen Flaggenformation, wie wir das hier ganz schön sehen. Und das ist die Range, in der wir uns bewegen. Also IOTA gibt sich momentan nicht wirklich Mühe, hier irgendwas Spektakuläres zu machen. Wir haben das erste Nachkauflevel für alle, die hier Spot interessiert sind, getroffen. Das zweite wurde jetzt auch getroffen. Und hier kam auch das erste Mal wieder ein deutlicher Volumenschub. Nachdem wir hier schon mal so einen kleinen Peak hatten, der dann sofort wieder abgeholt wurde, kam jetzt hier auch so ein bisschen Verkaufsvolumen rein bei ungefähr 0,19,51. Und das wäre, auf dem 4-Stunden-Chart, schauen wir uns das auch nochmal an, sehen wir auch hier, hier ist noch eine Menge Volumen drin. Also in diesen zwei Candles hier unten. Das zeichne ich euch mal ganz kurz ein. Also einmal hier, die wurde, das war diese hier, und diese wurde dann eben damit gefischt. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, diese hatte auch sehr, sehr viel Volumen. Das heißt, hier unten liegt noch sehr, sehr viel Volatilität. Das heißt, wir könnten jetzt mal gucken, kriegen wir hier unten ein tieferes Tief auf dem 1-Stunden-Chart bitte. Und dann konsolidieren wir hier ein bisschen und dann könnten wir möglicherweise einen Boden bilden und dann erst einmal in diesen Abtrend reinkommen. Und das wäre momentan zumindest das Wunsch-Szenario, weil wir einfach hier noch keine Sicherheiten haben. Wir haben tiefere Tiefs gebildet mit auch noch sehr, sehr viel Volumen und das möchten wir einfach nicht sehen. Wir möchten, wenn wir ein Tief bilden, wenig Volumen sehen, weil sonst heißt es wieder, okay, hier sind sausau viele Personen FOMO reingerannt, die Liquidität liegt da unten, die müssen sich die Market Maker wiederholen. Also hier würde ich extrem nochmal aufpassen. Jetzt trotzdem nochmal einen Blick auf den Daily-Chart. Machen wir mal das ganz kurz hier weg, damit ihr jetzt nicht verwirrt werdet oder sonstiges. Ja, darauf kommt es jetzt im Endeffekt erst einmal an. Ansonsten bricht dieser Support oder kommt hier nochmal eine neue Abwärtsspirale intakt, müssen wir wirklich mit den 0,13 bis ungefähr 0,15 US-Dollar rechnen. Und das sieht momentan sogar eher wahrscheinlicher aus, als ob wir jetzt hier FOMO in Richtung 0,33 US-Dollar sind drin. Also hier gilt es weiterhin extreme, extreme Vorsicht bei IOTA und das ist auch der Grund, warum ich hier momentan noch nicht eingestiegen bin. Ich bin zwar, ihr wisst, ich war früher immer IOTA-Fan, hat sich auch an sich nicht wirklich geändert, aber charttechnisch ist es einfach nicht schön anzusehen. Also muss man ganz ehrlich dazu sein, wir können auch hier nochmal die Linien ziehen, wir befinden uns in einem klaren Downtrend. Und da kann man Linien ziehen, wie man will, der Downtrend ist, egal wo, deutlich ersichtig. Und für mich gibt es momentan noch keine signifikanten Zahlen, wo ich jetzt sagen würde, okay, da gehe ich jetzt unbedingt rein. Ich muss es am Chart sehen, es muss das Volumen passen, es muss vom Ganzen passen. Das Schimmer-Update hat ein bisschen was im Chart gemacht, aber auch nicht die Erfolge, die wahrscheinlich auch IOTA sehen wollte. Und deswegen bin ich hier einfach noch ein bisschen vorsichtig. Aber wie gesagt, die Nachkauf-Level, die auf jeden Fall im Auge behalten, die gelten natürlich weiterhin für jeden Spot-Hoddler, für mich persönlich einfach nur nicht. Wollte ich aber nur an der Stelle nochmal gesagt haben, mehr gibt es momentan auch von IOTA nicht zu sagen. Downtrend auch im Volumen, sieht man das ganz klar. Ihr seht ja, die Peaks immer wieder werden immer, immer tiefer. Also hier kommt auch nicht neues Kaufvolumen rein. Und das ist das, was mich momentan noch ein bisschen abschreckt. Gut, IOTA ein bisschen kürzer, weil es einfach nicht viel zu sagen gibt. Alles spricht weiterhin für Down. Ihr kennt jetzt die Level, ihr kennt die Nachkaufzonen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne unten ein Like da lassen, abonniert den Kanal. Eure Altcoin-Wünsche natürlich auch jederzeit unten reinschreiben. Wenn euch IOTA dann doch nicht so viel passiert, würde ich mir dann wünschen, dass wir nächste Woche irgendwas anderes machen. Aber XRP bleibt natürlich. Also auch für alle neuen XRP-Fans auf diesem Kanal könnt ihr euch jetzt jede Woche auf jeden Fall darüber freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende oder ein schönes Wochenende, je nachdem wann dieses Video online kommt. Das war es von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns bis zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto. Bis zum nächsten Mal.